Die vier edlen Wahrheiten Vor 2500 Jahren erhob sich der Buddha, nachdem er Erleuchtung erlangt hatte, aus seiner Meditation. Das Thema seiner ersten Lehre waren die vier edlen Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit vom Leiden, der Tatsache, dass unser Glück unbeständig ist. Alles, was wir besitzen, ist Veränderungen unterworfen und vergänglich. Nichts von dem, was wir gewöhnlich als beständig ansehen, ist von Dauer. Ignoranz, Anhaftung und Zorn sind die Ursachen für unser unablässiges Leiden. Deshalb geht es in der zweiten edlen Wahrheit darum, die Ursachen des Leidens zu verstehen. Sobald die Wurzel des Leidens, falsche Vorstellungen, Illusionen, vernichtet ist, erreichen wir den Zustand der Aufhebung des Leidens, Nirvana, die dritte edle Wahrheit. Die vierte edle Wahrheit besagt, dass es einen Weg gibt, das Leiden zu beenden. Und damit Sie diesen Zustand in Ihrem Geist verwirklichen können, müssen Sie einem Weg folgen. Um diese vier Wahrheiten besser zu verstehen, ist es notwendig, zu erkennen, dass sie in zwei anderen Wahrheiten wurzeln, nämlich der relativen und der absoluten Wahrheit. Auf der Ebene relativer Wahrheit scheint jeder Gegenstand, dieses und jenes, ich und die anderen, eine eigenständige, von allem anderen unabhängige Existenz zu besitzen. Vom Gesichtspunkt der absoluten Wahrheit aus betrachtet, zeigt sich hingegen, dass jeder Gegenstand und jedes Wesen nur in Abhängigkeit von allem anderen existieren kann. Mit dieser Erkenntnis lässt sich die letztendliche Dimension der Wirklichkeit verstehen, dass es eben kein völlig unabhängiges bzw. aus sich selbst heraus existierendes Selbst gibt. Diese wahre Natur der Phänomene wird Leerheit genannt. Und die beiden eben genannten unterschiedlichen Ebenen sind auch als bedingte und letztendliche Dimensionen der Erscheinungen bekannt. Versteht man die beiden Wahrheiten der wirklichen Natur der Phänomene, erkennt man, dass sie in Abhängigkeit von Bedingungen entstehen und ihnen eine eigenständige, unabhängige Existenzweise vollständig fehlt. Im Zusammentreffen bestimmter Bedingungen treten Phänomene in Erscheinung. Wenn die zusammenwirkenden Faktoren fehlen oder aufhören zu existieren, dann lösen sich die Phänomene auf. Auf diese Weise wird der Prozess des Entstehens und Vergehens in Gang gesetzt. Die vier Wahrheiten Dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, mit Unliebem vereint sein ist Leiden, von Liebem getrennt sein ist Leiden, nicht erlangen, was man begehrt ist Leiden. Kurz, die fünferlei Objekte des Ergreifens sind Leiden. Dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens. Es ist der Durst, der zur Wiedergeburt führt, samt Freude und Begier, hier und dort seine Freude findend. Der Lüste-Durst, der Werdedurst, der Vergänglichkeits-Durst. Dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Die Aufhebung dieses Durstes durch restlose Vernichtung des Begehrens, ihn fahren lassen, sich seiner entäußern, sich von ihm lösen, ihm keine Stätte gewähren. Dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Wege zur Aufhebung des Leidens. Es ist dieser edle, achtheilige Pfad, der da heißt, rechtes Glauben, rechtes Entschließen, rechtes Wort, rechte Tat, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sich-Versenken. Deine